Ich will jetzt nicht singen. Denk nicht mal dran. Naja, wenigstens härtet er die Kinder schon mal ab. Galan als Vater. Das ist doch etwas gewöhnungsbedürftig, oder? Weil er mit seiner Frau nicht so unausstehlich wäre, dann wäre das gar nicht so gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, er macht sein Ding schon ganz gut. Er bemüht sich sehr. Außer, dass er halt nicht häufig da ist. Aber, naja. Ja, gut, aber Drei töten ist auch wichtig, ne? Das ist richtig. Und Drachen töten. Das steht ja da auch noch aus. Ja, und mit diesem Schiffsnamen wird das nicht ausbleiben. Also, wie funktioniert das Spiel denn jetzt genau? Galan hat dabei eine von den Kommoden durchwühlt, ob es sie da ein Spielbrett findet. Und wenn ja, wird sie es mal auf den S zum Tisch stellen. So, seht her. Ja, nehmt ihr mal die Weißen und wir nehmen die Roten. Wir können 2 gegen 2 spielen. Das ist ja erst mal nur so zur Übung. Naja, wisst ihr? Der Gedanke bei dem Spiel ist, dass wir reiche Handelshäuser sind. Und das sind unsere Kamele, die ihre Waren transportieren. Die Kunst besteht darin, die sicheren Routen zu erwischen. Und welche Routen die sicheren Routen sind, das ändert sich ja in des Spiels immer wieder. Und deswegen müsst ihr flexibel darauf reagieren. Und natürlich bewegen sich die Kamele auch nicht alle gleich, sondern sie können sich nur in einem bestimmten Muster über das Spielfeld bewegen. Von Oase zur Oase. Es gibt auch immer einen direkten Weg, aber das ist nicht das Sicherste. Weil da sitzen dann die Räuber hier und hier und da. Aber das ändert sich auch. Ja, da erwarten sie die Kamele. Und das Ziel ist, dass die Ladung sicher ins Ziel, also zur nächsten Oase zu bekommen. Ja, aber wenn die Räuber kommen, dann haben wir die tot. Ja, aber so funktioniert das Spiel nicht. Wir haben hier keine Angriffskarten. Ja, da ist das Spiel ein bisschen defizitär. Wir spielen jetzt nicht Avatoria. Bei Avatoria kannst du auch Leute angreifen. Da hast du so Karten und dann kannst du so... Das habe ich drüben in meinem Zimmer. Relativ neues Spiel. Ist das ein Spiel mit diesen Sammelkarten, die wir jetzt schon öfter gesehen haben? Ja, genau. Du kannst Feldherrn über ganz Aventurien übernehmen und die bekämpfen sich dann gegenseitig. Ja, ich habe eine beurte Beutagskarte bekommen von Eltern. Er hat auch ganz viele Entwürfe dafür gemacht. Und, ja, bei uns gibt es alle auch in diesem Spiel. Also... Ja, der Hauptsache hat auch eine Karte von Mira gemacht. Ich meine, sie ist ja die sechste Heldin jetzt. Ja, ja. Ja. Und ich glaube, es gibt einen Spezialeffekt, wenn man sie mit der Raffin-Karte spielt. Der Fall bei Rabelmir und die Allan. Und so geschah es, dass der Prinz dem Gesang den Drachen zum Schlafen legte. Jetzt, kleine Kinder, mach die Augen zu, damit der Drache nicht erwacht. Die schlafen schon. Ach, brave Kinder. Ich verstehe gar nicht, wo die Probleme liegen bei dir. Die Geschichten, die man sich bei uns zum Schlafen gehen erzählt, sind etwas... Ja, Alan, wenn du etwas mitfühlender wärst, so wie Abelmir, dann... ...würden sie auch bei dir einschlafen. Sieht ihr? Ihr habt ja eine kluge Frau geheiratet. Das ist mir jeden Tag meines Lebens bewusst. Nun, wenn ihr gestattet, werde ich mich zurückziehen, um euch eure Privatsphäre zu gewährleisten. Habe ich doch. Gute Nacht. Natürlich doch. Siehst du, Alan, er versteht es, wann man sich zurückziehen muss und wann nicht. Nun, er ist in den feinsten horatischen Kreisen ausgebildet worden. Ich würde der Gartenländer rausgehen, die Lampfleis, die Tür zu ziehen. Ach, endlich. Du kannst durch die Tür ein Gesäufze von Leonida hören, endlich ist er weg. Ah, ihr tut ihm Unrecht. Er ist doch ganz aufreinend in der Gesellschaft. Ich mochte ihn schon damals mal ein Turnier nicht. Er ist mein Freund. Er ist schlechter Umgang für dich. Aber du stehst immer noch so unschlüssig vor der Tür, überlegst gerade, ob du gehen sollst. Aber sie wird immer lauter durch die Tür. Ich lausche. Wie kann er denn schlechter Umgang für mich sein? Schließlich hat er mich aus dem Gefängnis befreit. Ja, und wie oft? Warum sitzt du ständig im Gefängnis? Weil die Götter es so wollen. Und warum ist er jemandem, der einem Ausbrecher hilft? Einem Kriminellen? Was soll das? Ich bin der Ausbrecher, von dem du sprichst. Ja, aber er hilft dem Ausbrecher. Was wohl irgendwas getan, was das Stadtrecht verunglimpft hat? Also. Und aber mir hilft diesen Person. Wer sagt dir, dass er nicht zu anderen Leuten beim Ausbrechen geholfen hat? Er hilft mir, weil er mein treuer Freund ist. Und nicht, weil er irgendein der hergelaufener Alunke ist. Was meinst du, wie viele andere Freunde er noch hat? Und die anderen, das beim Rot und Weißen kann man die Spiele auch hören. Gar keine! Das ist ja das Problem. Wir schleifen hier lauert durch die Gegend. Oh, ich hoffe, es ist eine Kinderwache nicht auf, sage ich unten. Ja, du hast die Kinder aufgeweckt. Denkst du, seiner Frau geht es besser als dir? Sie schreit wieder! Und fragt sich, ob er wieder nach Hause kommt. Also, Rafim, nachdem du jetzt das Kamel heil zur Oase gebracht hast, kannst du dir ein weiteres leisten. Damit geht es dann schneller. Sudamin guckt sehr gequält und tut so, als würde sie nichts hören. Ähm. Nur ein Vorschlag. Ich habe noch genug Elmblatt in meinem Zimmer. Um damit 50 Troll-Tazaka so fertig zu machen, dass ich genüsslich einschlafen. Das ist ein guter Plan. Ihr wollt es Leonida verabreichen? Nein, ich will mich selber so weit in Raias Hallen begeben, dass sie mir nicht mehr auf den Sack geht. Da mache ich aber mit. Ich habe mir gedacht, ich hole Elmblatt, wartet hier. Ja, eine halbe Stunde später könnt ihr mit Elmblatt dort sitzen. Und ein weiteres Geräusch dringt in eure Ohren. Dieses Mal kein Streit, sondern lautes weibliches Gestöne aus dem Zimmer von Abelmir. Der lässt sich auch von gar nichts ablenken, oder? Nö. Wir schreiben den Rohhalstag. Ich habe immer was im Kästchen. Gute Sache. Nun, schön, dass wenigstens ihr eure Freude hattet. Ach, guten Morgen. Was für ein prächtiger Morgen. Ingra schliegt noch auf dem Tisch vor dem Speisezimmer, ist wohl darüber eingeschlafen, mit dem Elmblatt Genuss. Und als er sich so ein bisschen grummelt erhebt, könnt ihr sehen, dass er wohl ein Spielstein, ein weißes Kamel in seinem Auge hat. Oh, ihr habt da was. Was riecht es hier? Ah, Mann. Ich glaube, nachts wehank. Das ist der Duft der Freiheit. Und ihr habt schon hier, ja, immer diese Drogen, das ist kein Umgang. Nö, richtig, nicht, dass wir schlechter Umgang sind für dich, Alain. Da würde ich mir Sorgen machen, oder? Halt die Klappe, schon, Sorgen. Ganz ehrlich, halt die Klappe. Wisst ihr was? Ihr habt recht, ihr seid schlechter Umgang. Aber Alain. Es war eine Notlage, Arme Mir. Und damals im Steinkreis der Druiden hast du doch auch mitgeraucht, Alain. Also jetzt tu mal nicht so. Freiheit ist das Einzige, was noch fehlt. Nein, sieht ja nicht mehr von bluttrinkenden Trolzsack an. Freiheit wurde wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen, sollten's feiern, nicht versäumen. Sollten tanzen auf den Gräbern. Wer ist dafür, dass wir jetzt bereits losgehen? Denkt dran, euch heute hübsch zu machen, denn es könnte jederzeit ein Boot vom Palast kommen und dann sollten wir vorzeigbar sein. Ach, die haben mich schon oben ohne gesehen, das ist kein Problem. Wo ist mein Hut schon wieder? Machst du mir mein Bad? Gerne. Wo du hier? Das fand ich immer sehr gleitsam. Hattest doch mal dieses Buch. Genau. Ähm, das müsste hier auch noch irgendwo sein. Hm, was hast du schon alles probiert? Draußen am Tor könnt ihr es scheppern hören. Stadtwache! Aufmachen! Oh je. Aber wir sind schon da raus. Was steht schon da raus? Das fand ich klingt nach Ärger. Ignasch, mach das Tor auf. Ja, ich hol sie rein. Bis gleich. Zwei Minuten später steht ein Vertreter der Stadtwache vor euch im Schweizer Zimmer und guckt euch misstrauisch an. Also, wir hatten Beschwerden heute in der Nacht, dass einige Sturmleitern von dem Lager etwas außerhalb von hier angelegt worden sind. Und wilde Kriegsbarbaren, große Ferkiner Krieger, die versuchten über diese Sturmleitern diese Mauern zu erklimmen. Sie wollten wohl in euer Haus. Sie gehören tatsächlich zu eurem Haus. Ja, ja, tatsächlich. Aber wir dachten, es wäre eine Entlastung für die Stadtwache, wenn wir sie draußen vor den Mauern ließen. Ja, dort liegen sie wohl schon seit einiger Zeit, aber ich verbitte mir, dass Sturmleitern angelegt werden. Ja, die kommen heute aufs Schiff. Was wollen wir mit den Leitern auf dem Schiff? Nein, die Trollzucker, du Idiot. Ich wünsche, dass das abgestellt wird. Ja, die kommen ja heute aufs Schiff, habe ich ja gerade gesagt. Waren die ja sogar dabei. Nicht so schnippisch. Ja, ihr kennt seine Frau ja nicht. Hm, er schnaupt so ein bisschen aus der Nase, dreht sich dann um und wirkt sehr unzufrieden, aber er kann da halt jetzt wenig machen. Immerhin kennt er euch. Einen schönen Tag noch. Dumm, dies war ja unerfreulich. Ich habe dir gesagt, dass das Probleme geben würde. Es war ein wenig vorhersehbar. Naja, es sind 50 Trollzucker. Mich wundert ja, dass die nicht bis in den Garten gekommen sind. Naja, ich habe ihnen gesagt, sie sollen keinen von der Stadtwache umbringen. Ah, wahrscheinlich standen die dann oben auf der Mauer und... Ja. Wir sollen eine Beschäftigung für sie finden, damit sie nicht weiterhin diese Art von Unternehmung... Nun ja, vorantreiben. Ja, deswegen kommen die ja heute aufs Schiff. Wenn du mir zuhörst... Können die hier nicht nach Schwimmen beibringen? Die können schwimmen. Ich war auch überrascht, aber die können schwimmen. Nun, aber denkst du wirklich, dass es für ihre so viel Gemüt besser ist, wenn wir sie jetzt bis zum Ablegen auf dem Schiff einpärchen? Naja, wie lange wollt ihr denn nur hierbleiben? Bis wir eine Mannschaft haben. Ähm, vergesst nicht. Manche von denen können auch sehr privat mit Holz umgehen. Immerhin sind wir ein Stamm, der schon seit Jahrhunderten in der Wildnis lebt. Danke. Dann geben wir ihnen etwas zu tun am Schiff. Das wird sie ablenken und vielleicht nur aus ihrer Lethargie reißen. Und vielleicht ihre Flausen vertreiben. Ja. Als ihr aus der Villa nach draußen kommt, könnt ihr sehen, wie an dem geöffneten Tor Kandisitianer steht. Und zwar nur in seiner Unterhose. Eine lange Unterhose, aber dort steht er und wartet. Na ja, ihr wart ein Schwimmen leeren. Guten Morgen. Es ist noch nicht die Piranha Stunde. Ich dachte mir, ich warte, damit ich es nicht verpasse. Wird die so durch die Stadt gelaufen? Ja, aber nur vom Roten Kamel. Ihr habt doch gesagt, dass wir schwimmen hier am See leer. Und ihr konntet eure Hose nicht bis hierhin anlassen? Na ja, wenn ich sie hier in den Staub lege, wird sie dreckig. Lass den doch mal bei mir. Er ist da weiter nicht der Einzige, der hier so rumläuft. Ich schüttle noch die Kupfen. Gut, ich übergebe euch doch mal den Zulaminskundige Hände. Beim letzten Mal war ich noch diejenige, die nicht schwimmen konnte. Vielleicht sollte jemand mitkommen, der etwas mehr davon versteht? Oder wir schwimmen gar nicht und ihr gebt nur eure Bücher. Ja, warte mal, ich hole die Truck vom Geckrauchern, der man kann auch schwimmen. Erst aus Schwimmen, dann die Bücher. Jawohl. Ja, ich würde mal noch Truck über die Mauer brüllen. Truck! Weg, dein Arsch hierher! Weg, dein Arsch hierher! Ja, und nach ungefähr zwei Minuten, die ihr dort steht, könnt ihr sehen, wie ihr durch den Fluss auf euch zuschwimmt. Also, ja, dieses Inoffizielle über die Sturmleite kommt halt nicht, aber er kann durch den Fluss schwimmen. So, Truck. Schön, dass es dir gut geht. Da gehst du zu den anderen zurück und sagst, den soll das Lager abbrechen. Jetzt zieht er erst mal aufs Schiff. Ihr müsst das bewachen. Du gehst jetzt mit ihr mit. Na, dann bringst du ihm das Schwimmen bei. Und keiner von den beiden geht drauf. Oder er ist blutlos. Guck ihn dir noch an. Ja, das sehe ich selber. Deswegen sollst du ihm das Schwimmen beibringen. Damit er im Kampf drauf geht und nicht er so hilft. Das wäre ziemlich würdelos. Ja, richtig. Blutlos. Solamin. Ich überlasse ihn ganz dir. Alles klar. Danke, dass du uns begleitest, Truck. Wir fühlen uns geehrt, einen so großen Krieger bei uns zu haben. Äh. Oh, dann geht Solamin in Richtung Seeufer. Ja, das liegt still, klar, auch zu dieser frühen Stunde vor euch. Die Sonne strahlt herunter. Das Wasser ist warm. Wenn du deine Füße langsam reinstreckst und du kannst sehen, wie es wohl einige Flamingos gibt, die auf der Oberfläche zwischen den wenigen Schilf umherstarksten. Ach, ein herrlicher Morgen. So. Also, ihr müsst nicht wirklich ein Meisterschwimmer werden. Wir erwarten nur, dass ihr euch so lange über Wasser halten könnt, bis jemand wie Truck, das Weges kommt, euch am Schlabittchen packt und wieder an Bord befördert. Also, gebt einfach euer Bestes. Ihr müsst so eure Arme und Beine im Wasser bewegen. Und Solamin macht das mal vor. Und wenn ihr euch wirklich gar nicht anders zu helfen wisst, dann versucht, alle Gliedmaßen von euch zu strecken wie ein Seestern. So kann man sich eine Weile auf der Wasseroberfläche halten. Äh, ja, ja. Er versucht es dir nachzumachen. Er würfelt mal. Und, äh, wird schon nach wenigen Metern, die er in das Ufer getreten ist, äh, anfangen zu erst paddeln und dann, äh, mit den Armen zu planschen und um Hilfe zu schreien. Trakt sie dann raus. Börder los. Bleibt da, wo ihr stehen könnt. Da könnt ihr üben. So, und jetzt los. Einmal von da bis da. Äh, okay. Er gibt sich wirklich Mühe, aber es wird sehr, sehr lange dauern, bis dieser Mann schwimmen lernen kann. Vielleicht ähnlich lang wie bei dir. Ihm fehlen einfach die körperlichen Attribute, um ein guter, fähiger Schwimmer zu werden. Derweil bei den anderen. Ihr geht los. Ohne Solamin. Wo wollt ihr hin? Zumindest ja, und ich glaube, Raffin wollte mitkommen, machen sich in Richtung der Seeberstattung auf. Ja. Und, äh, ja, wenn das alles geregelt worden ist und ein großer Krug mit Wasser und ein großer Krug mit Wein und einer mit Bier neben euch steht, dann, äh, kann es an sich beginnen. Gucke ich mir den ersten an. Nun, an euren Namen und eurer Erfahrung. Äh, hallo. Boah, ich bin ein Sheldschion, äh, spielen, oder? Ich bin Koch. Du guckst ihn dir an. Er hat eine, ähn, Glimpfstängel im Mund. Hat eine, äh, Wein oder Rumpfflasche, äh, in seiner Hand und auf seiner Schulter sitzt ein Huhn. Oder ein Hahn. Habt ihr schon zur See gedient? Ja, ja, ich war auf der Lamea. Hervorragend, tragt euch hier an. Ich bin engagiert. Solange ihr schwimmen könnt. Ah, komm mal ran hier, komm mal ran hier. Ja, ich kann schwimmen. Hier, das ist Answin, das ist Bruder Galgenstein und das ist Herr Hilbert. Die kommen auch mit. Einer nach dem anderen. Die hören zu meiner Küchencrew, die brauche ich. Ja, findet euch morgen früh am Hafen ein. Wenn wir einen kleinen Neidlungstest machen, aber wie ein fähiger Seemann seid, das ist natürlich keine Schwierigkeit sein. Ja, auch am Kochen. Okay. Wir wollen schließlich nicht, dass wir noch ein Zwergenkoch auf dem Bühne, verzeiht, an Bord kriegen. Nee, Zwergenkoch nicht, aber Answin hier beherrscht das Berufsgeheimnis für Rauschkurke. Sag euch einfach hier ein, seit morgen früh am Hafen. Ja, also diese Answin, der klingt auch sehr vernünftig. Ja, wir waren vier Mann bei uns, glaube ich. Kann sich noch ein Kritzeln. Genau. Koch ist Koch, ist Koch, ist Koch, ist Koch. Sagt, ja, das ist, glaube ich, sowas. Und dann Schakka, nächster. Gut. Vor dir steht ein Mann mit Offiziersuniform, wahrscheinlich, würde es so sagen. Zumindest ist es eine mittelreichische Kleidung und er hat sich mittlerweile wohl sowas wie ein Vollbart wachsen lassen. Er gibt dir die Hand. Wilbur von Rabenmund, Vogt, der Elfartperlen. Er ist ungefähr 50 Jahre, würde ich so sagen. Trägt dann auch einen blau-rot-goldenen Umhang. Sein Gesicht ist so ein bisschen hager. Ja gut, mittlerweile wohl ein Vollbart und an seiner Seite ein, du erkennst es, ein Stockdegen. Den Namen sagt mir aber nichts, oder? Rabenmund, natürlich. Wilbur von Rabenmund, nein. Nie gehört. Angenehm. Ich muss gestehen, euch nicht zu kennen. Was ist eure Erfahrung und eure angestrifte Position? Nun, alles, was ihr mir bieten könnt. Ich war, ihr könnt mich sicherlich auch nicht kennen, weil ich erst vor kurzem wieder zurück nach Aventurien gekommen bin. Ich war für eine große Güldenlandkreuzfahrt als Vertretung für das mittelreichische, die mittelreichische Reaktion Diregentschaft. Ich war der Emissär des mittelreichs, müsst ihr wissen. Und bin jetzt als erfahrener Diplomat im Interesse meiner Bar-Uni wieder hier. Ihr habt Erfahrung auf See? Ja. Erfahrung bei der Bedienung eines Schiffes. Wenn ihr nicht zugehört habt, ich war Mitglied der Güldenland-Expedition. Selbstverständlich. Meine Frage ist, wie viel Erfahrung habt ihr im Betrieb eines Schiffes selbst? Wie gesagt, ihr werdet Emissär. Genau, Diplomat. Ich habe viele Jahre auf dem Schiff verbracht. Auf der Dame, ja. Ich blicke zu den anderen. So diese nonverbale Frage. Brauchen wir den? Bitte, von den anderen schon mal keine Antwort kommt. Nun, an welcher Position strebt ihr auf dem Schiff an? Alles, was wir euch geben können. Ja, genau. Also wahrscheinlich einer der Offiziere. Wenn das zu Verhandlungen mit Piraten kommt oder so etwas. Wir kriegen euch sicherlich irgendwo unter. Wir werden euch morgen früh am Hafen an. Hier eintragen. Ja. Übrigens, ich... Was gibt es zu essen an Bord? Die war mir um die meiste Zeit. Ich habe gesehen, ihr habt Selchion angeworben. Kennt ihr den Mann? Ja, er ist das Mutti gewesen. Guter Koch? Ähm... Das ist unter Verschluss. Ich weiß nicht, ob ich dazu offen reden darf. Nun, dann werden wir ja morgen sehen, wie gut er kocht. Ich frage nur deswegen, weil ich mich weigere, Fische zu essen. Ich hoffe, ihr plant das ein. Damit können wir rangieren, ja. Wie gesagt, ich hoffe, ihr mögt Zivag und Rum, denn... Wo lebt man nun mal. Damit kann ich leben. Habt ihr Schiffskatzen an Bord? Derzeit nichts. Gut. Aber ein Bären. Ein Bären? Erzieht euch auch hoch. Nun, ich hoffe, euer Schiff wird keine Schiffskatzen anstellen, sagt man das, aufnehmen. Ich denke nicht, dass die Miras gegenwart lange Bestand hätten. Leider entgegen war das Bären. Ich hasse diese Miester. Und wie gesagt, denkt dran, kein Fisch. Kein Fisch. Der nächste. Ich habe einen Seitenblick zu, kann man diese Trafie mit mir direkt neben mir. Sind sie immer so weinerlich hier? Das ist ja fürchterlich. Lass den Mann noch. Er ist vielleicht gehört dazu in deinem Gott. Wenn ich das... Knackt ein bisschen vor, die auf den Hölzern und Planken und eine unglaublich schwere Gestalt in einem Plattenpanzer nimmt seinen Helm vor dir ab. Du kannst ihn erkennen, es ist Theoma 3 Sperger vom Falkenbanner oder der leichten Infanterie. Ehemals Oberleutnant. Mittlerweile kannst du an seinen Litzen erkennen, dass er wohl mittlerweile Major ist. The Sperger, dass ich euch wiedersehe. Greifen wollt. Gut euch zu sehen. Ich würde ganz gerne mit dem Falkenbanner erneuern. Leichte Infanterie, schwere Infanterie. Allersamt? Allersamt. 50 Mann, wenn ihr wollt. Tragt nur euch hier an. Ihr müsst morgen früh nicht auflaufen. Wir können euch ja... Ah, ist gezeichnet. Wieder eine gezeigten Spender? Ist mal nicht. Schib ohne. Schib ohne. Rassischer Bauart. Okay. Sorgt für genug Planken, damit wir Sturm laufen können. Erst in Arbeit. Ach so, und da drüben das Holzbein, den kennt ihr sicherlich auch noch. Da blickt etwas ungläubig durch den Raum. Stößt dann den Nebensitzenden mit dem Ellenbogen ein wenig an. Dann alle. Was willst du? Hasswolf Ingrid. Hey, Hasswolf, komm mal ran. Währenddessen humpelt er auf dich zu. Gib dir die Hand ab. Teuer. Auch nicht genug vom Abenteuer. Nie genau. Sag dich hier rein. Wenn ich mit dabei bin, dann als Kaplan. Irgendwann nicht besser mittlerweile. Er trägt sich ein. Unterstreicht seinen Namen. Keiner Herr Ferdis. Sorgt dafür. Keiner Ferdis. Zumindest haben wir noch keine gesehen. Keiner Ferdis. Lass gut sein. Lass gut sein. Willst du da morgen früh antanzen und den Sauerhaufen ein bisschen auf den Mann bringen? Er zuckt mit der Schultern. Abenteuer. Abenteuer. Schlechte Erfahrungen. Nachvollziehbar. Schlechte Erfahrungen. Naja, aber so eine Ferdis auf See, Alain, ist in der Regel ganz praktisch. Erst zwachs Nänge weiter. Hallo, na hier. Der darfst du dir gegen ihn nicht. Wer bist du? Was kannst du? Aviander. Hallo, er kennt ihr mich nicht? Ist das Mira, die ist ja groß geworden. Ich habe euch in den blauen Seidengewand gar nicht erkannt. Ey, das ist ja Mira, schön. Ja, wie geht's denn euch? Ist das mit den Flüchtlingen gut gegangen? Ja, bei Romulus. Wir haben uns in den Bergen versteckt und als ihr dann erfolgreich... Ich habe noch eine ganze Menge in der Wildermarkt gemacht in den zwei Jahren. Aber jetzt gibt's da wohl wieder ein paar andere Helden, die für offen sorgen. Und ich dachte mir, ja, Arvis trägt mich weiter. Man hört ja von den sogenannten Helden so einiges. Ja, so eine ganze Menge geworden. Nun, wir haben an der Stelle das Navigator frei. Nur der Sicherheit halber. Ihr habt nicht zwischenzeitlich zu Elfurt gefunden. Warum das denn? Alter, Schicksal manchmal, die selbst am besten Streich gespielt. Nein, Arvis. Tragt euch ja an. Ja, sie holt eine eigene kleine Arvis-Feder vor und unterzeichnet dann. Sehr geschwungen künstlerisch. Ihr müsst morgen früh auch nicht auftreten. Wir kennen aber Künstler hier zu genügen. Ah, mir egal. Wie soll ich beliebt? Nächster? Ja, das ist wieder ein bisschen schwierig. Wir sitzen irgendwie alle hier, außer Zulaminen, oder? Oder ist jemand anders noch weggelaufen? Beutags? Ich wollte eigentlich, ja, also, eigentlich wollte ich den Knüppler suchen. Deswegen frage ich gerade, was macht Abel mir? Ich würde die ruartischen Siemen aufsuchen, beziehungsweise wahrscheinlich ihre Offiziere denn. Okay, gut, weil ich wundere mich gerade, weil von euch hier überhaupt keine Kommentare kommen, ob wir überhaupt hier seid. Schön, dass ihr das geknägt habt. Gut, der nächste. Ja, eine schwierige Person und du guckst nach oben, da steht keiner, dann guckst du ein bisschen weiter auf Brusthöhe und kannst da dann das rundliege-geschichte Gesicht von Angroschmini erkennen. Die ehemalige Baronin von zwei Mühlen. Seitdem bin ich da wieder angekommen? Äh, nee. Warum spielt das eine Rolle? Ich war ein Zwerch. Nein, nur, äh, Fex spielt einmal mehr ein seltsames Spiel mit uns. Es ist gut, euch zu sehen. Naja, ihr habt gerufen und ihr seid ja echter Helden, dann kommt man auch. Ja, ja. Ich bin ja schon seit zwei Wochen hier, aber die anderen Tage saßt ihr, du musst nicht hier. Ich nehme an, ihr wollt als Schutzmannschaft, äh, Geschützmeister anheuern? Naja, ich bin ein Angroschgeweihte, ähm, ich kann auch in der Werkstatt helfen, mir ist das egal. Angroschgeweihte. Ihr seid nicht einfach. Hast du das vergessen? Oh nein, nur, Anni, Arlan wird in letzter Zeit sehr viel rumgemeckert, er weiß gar nicht mehr, wo denn ihm der Kopf steht. Schreibt einfach deinen Namen auf die Liste.